Morgens kommen wir an und schauen, was an Mails angekommen ist, WhatsApp, wir sind eben auf diese beiden Kanäle unterwegs, auch per Telefon und dann je nach Termin gibt es halt viel zu tun oder es entwickelt sich im Laufe des Tages, man weiß nie, was auf einen zukommt und das ist immer das Spaßige an der Geschichte, dass es immer abwechslungsreich und immer anders ist.